Ich hoffe, es waren alle da, die da sein sollten und über die ich mich sehr freuen würde, weil ihr uns echt, wie mein Gewinner, toll unterstützt habt. Und ich wirklich, also alle, die ich hier kenne und sehe, ich liebe euch und es war fantastisch, dass ihr da wart, die gekocht habt, meine Mama, die uns beim Tapezieren geholfen, meine Kumpel. Vielen, vielen Dank, wirklich. Ich würde jetzt an der Stelle bloß so stellvertretend ein paar Leute auf die Bühne holen, weil wenn alle nach vorne kommen würden, die mitgemacht haben, werdet ihr ja alle hier vorne. Ich würde jetzt gerne mal den Armin Franzen, die Bildgestaltung, zu mir bitten. Applaus. Dann den Benedikt von und zu Hugendugel, der hat das Grading gemacht und den Schnitt. Und direkt im Mondo kommen wir zu den Damen, die heute anwesend sind. Das ist der Tristan Pütter als Sophia. Applaus. 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 Der Karlo Lubeck als Cornelia. Applaus. 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 Und der Tristan Pütter als Physiker. Applaus. 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 Ja, ich würde mich auf jeden Fall auch noch mal ganz, ganz herzlich bedanken für das ganze Team, was so wunderbar zusammengearbeitet hat. Und auch noch mal vielen ganzen Sponsoren, FGV, die uns die Objektive gegeben haben und ganz, 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 ganz viel Licht, dass wir schön Licht setzen konnten. Und noch Danke an CinePlus und an 25P und auch an Lobterfilmen, der uns die Webcam gegeben hat. Und an Slotterhaus die ganzen Post gemacht hat. Das Grading, das Schmidt, das Compositing. Und vielen Dank von Studio Punk für die tolle deutsche Digitalabmischung. Vielen, vielen Dank. Applaus. 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 Dann äh, lauten. Komm mal. Ja.